Es ist ein bisschen wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier. Gebetsmühlenartig wiederholt sich die Forderung nach zwei Stunden mehr Arbeit für Lehrer. Gebetsmühlenartig wiederholen die sicher nicht mit uns. Auch jetzt ist es wieder so weit. Auslöser war die Planung der künftigen Finanzen. Da hat die Regierung klar gemacht, gespart werden muss überall, auch bei den Beamten, auch bei den Lehrern. Sie sollen mehr arbeiten, bei gleichem Lohn. Die Gewerkschaften laufen Sturm, nicht zuletzt auch wegen Wiens Bürgermeister Häupel, der sich in einem saloppen Ton über die Diskussion lustig gemacht hat. Er hat für einigen Zündstoff gesorgt. Gestern wird Michael Häupel gefragt, was er davon hält, die Unterrichtsstunden der Lehrer von derzeit 22 pro Woche zu erhöhen. Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, dann bin ich am Dienstag zum Mittag fertig. Ich kann nicht haben gehen. Heute betont der Bürgermeister, er habe nicht die Lehrer, sondern die Politik der Gewerkschaft kritisiert. Entschuldigen will er sich nicht. Getrübte Stimmung dann heute beim 70-Jahr-Jubiläum des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Auch Häupels Parteikollegen reagieren empört und ermahnen die Regierung. Ich würde Sie bitten, jetzt auf den letzten Metern dieser Gesetzeswertung auch die notwendige Sensibilität gegenüber Berufsgruppen aufzubringen. Den Lehrer arbeiten 40 Stunden und nicht keine 22 Stunden. Wenn ich eine Berufsgruppe sozusagen sage als Staatscheatspräsident, der ist ja auch Staatscheatspräsident und gleichzeitig Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien, dann hieße das ja, dass der Chef gar nicht weiß, was seine Mitarbeiter machen. Es dürfte weitere Auseinandersetzungen geben, denn die Regierung betonte gestern, man sei nie von dem Ziel abgerückt, Lehrer länger arbeiten zu lassen, wenn, dann müsse man aber natürlich verhandeln. Die letzten Verhandlungen dieser Art sind zumindest für die Unterrichtsministerin ordentlich gescheitert. Auch Claudia Schmid wollte die Lehrer zwei Stunden länger unterrichten lassen, die Gewerkschaft stellte sich quer. Und auch jetzt bringen sich die Interessenvertreter wieder in Stellung, sparen bei den Beamten ein No-Go für den Gewerkschaftsboss. Den Leuten das Geld wegzunehmen, da muss die Politik sich eigentlich an der Nase nehmen, weil das wäre nicht nur schäbig, sondern auch kontraproduktiv. Die Steuerreform heißt, Geld bei den Menschen anhäufen, damit sie es ausgeben können und die Wirtschaft floriert, aber nicht an der Geld wegnehmen. Und selbst das Thema Streik steht im Raum. Eine Gewerkschaft muss immer bereit sein, so Fritz Neugebauer.